Ja, und damit ein herzliches Morgen und willkommen auf YouTube und meine lieben Freunde und Freunde zurück. Willkommen zurück zum South Park, der Stock der Wahrheit. Ich habe gerade gesehen, du hast Spintas. Ja. Entschuldigung. Hey, new kids, suck my paws. Was? Hast du das gesagt? This elf is gonna fuck you up. Mhm. Unfall auf jeden Fall? Ja, natürlich. Zäbel des Kriegers. Buttershammer. Oha, der kann sich heilen, der Penner. Oh, boah. Richtig. Ich kann dir gleich mal zeigen, wie viele Spiele ich habe. Ich habe über 200 Spiele aufs Team. Blut, blut, blut. So. I hope you're not playing that dumb game with everyone. What? Blöde Punkte. Puh. 236. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht befreundet sind. Ah. Stimmt. Entschuldigung. Bye. Ich laufe hier nur so und du. Okay, kann ich nicht. Okay. Okay, man kann da nicht rein. Gut. Wir stehen in Aufwertungverfügung. Okay. Äh. Spiele, die sie beide besitzen. Ah, okay. Dann gehen wir mal mit den netten Herren hier. Wir sind nicht mit Konformismus. Geh, das was wir tun haben. Okay. Oh, bitte. Was gothic-kid walkst around in those clothes? Wir müssen gothic aussehen? Okay. Ich sehe nur gothic und k. Du bist ein wilder Karpfen für mich. Wow. Es ist dieser cool alte Mann, der Kälte auf den anderen Seite der Stadt. Warte, kaputt. Okay, wir gehen hier, glaube ich, erstmal. Mist. Was ist das für Musik, Alter? Shit, wir kommen nicht in die Schule rein. Okay, die haben wir, die haben wir besiegt. Äh, nee. Okay, so. Äh, Inventar. Wir haben was im Inventar. Das ist Schrott. Fähigkeiten. Oh, wir haben eine Aufwärtsung. Okay. Stopp, machen wir mal. Ah, da können wir auch noch was machen. Ähm, Trauer in der Perfektionierung. Die Kunst des Verhöhnen zu bewegen. Zusätzlich schaden bei wütenden Feinden. Selbst der Leid ist weniger Schaden. Okay. Ähm. Brennenden Feinden. Oh, okay. Oh, geil. Her damit. Und Blut. Ja, warum nicht? Okay. Magie. Haben wir noch nichts? Live is Feudal. Zwölf Stunden, ja. Ist ihr zu schwer? Ja. Ein bisschen. Also, ich hab's eine Weile gespielt. Äh, deswegen blinkt ihr, der ist leer. Ich hab's eine Weile gespielt und dann, äh, 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 ich hab's teilweise geschafft, dass die, äh, den Winter überlebt haben. Ähm, und dann irgendwann so, ne, ist doch ein bisschen schwierig. Okay, wir müssen zu den Waffen. Kierke zu Cartman zurück. Äh, Regulatierungsbewegung, okay. Ja, es ist bockschwer, ja. Äh, 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 ach du Scheiße. Okay, pass auf. Äh, 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 so. Wir müssen zur Kirche, da haben wir ja noch einen Auftrag. Finde Jesus und den Vulkaner. Nivara! Nivara! Doch, Fallout ist meins. Ich habe da sogar so eine Let's Play von gemacht, aber ich weiß nicht, ich habe es noch nicht so durchgedannelt. Moni, wo bist du hier? Schlag dich im Domen. Ach, Jesus. Jesus! Hi. Du hast Jesus gefunden! Okay. Ach du Scheiße. Okay, warum kann ich Licht ausmachen? Ist er vielleicht ein Beilstuhl? Ne, okay, da kann ich nichts machen. Hihihihi. You found me. Ah, Jesus. Ah, Jesus ist erleuchtet. Tada! Okay. So. Ach, da kann ich nicht durch. Wie die Musik jetzt einfach raus... Ich wollte gerade sagen, die Musik ist ausgefedert. Nein. Ha, 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 ha. Äh, was? Leine in jungen Gu... Oh, du Scheiße. CD. Glauben. Haha, Faith. Das Pentagramm aus dem Licht. Ah, okay. Guck ich mir gleich mal an. The Lord giveth, the Lord taketh. Der Hollywood Bart. Geil. Weitrang, gell? Sankt Petrus... Oh, ist ja süß. Und Geist. Jeder Angriff saugt 10 Trefferpunkte von deinem Ziel... Oh. Okay. Ja, gut. Guck mal, da oben hängt er wieder. Der Brettermeier. Ach ja. Stimmt. Oh, stimmt. Sekunde. So ein bisschen sieht das schon aus wie ein Pentagramm. Oha. Mit ganz viel Fantasie. Okay. Bitter, oder? So, und jetzt müssen wir hier noch ein iPad finden. Da. iPad. Wir haben Kevin's iPad. Kannst du ein Geheimnis halten? Neither kann ich. Okay. Äh, gut. Wo ist der Priester? Der mit Vornamen Achilles heißt. Ah, da ist er. Okay. Tja. Tja. Aha. Nicht wenn ich anfange. Ja. Äh. Äh. So. Nehmen wir den erstmal. Ja. Hammer der Gerechtigkeit. Hör auf. Ja, mach ich. Dreh da. So rum. Drücke A wenn du den blitzenst. Okay. Bei der Hammer of Betters. Ah. I just. Was seein if it works. Oha. Son of a biscuit. Okay, den konnte ich noch nicht so gut abwärmen. Ah. I'm out. I'm out. That was pretty good. Yeah. So langsam kann ich wieder Übung. Ah. Oh. Entschuldigung. Can you keep a secret? Neither can I. Hehehe. Bitter, oder? Joa. Irgendwie. Joa. Aber hey. Das. Ach. Die Polizeistation. Heiß. Hehehe. 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 Waa. Waaa. Waaa. Waa. Rendeis. Straft Bescheid. Wegen Alkohol am Steuer. Was? Ach der olla. Breather liser. Mhm. Okay. Ist das Questgegenstand? Wer weiß. okay warum kann ich warum kann ich die kameras kaputt schießen ja moin komm mal ein kleinerer Tag, ich werde dich auf einen Ried ich werde viel mehr aufmerksam als ich mit dem letzten Kind hey komm komm okay m Alter Schwamm. Okay. Okay, ich kann hier kein... Okay, weil's geht. Okay, ich kann hier nichts abschießen. Wir gehen mal wieder raus. Kein Wasser wär für euch. Mir egal. Okay, wir gehen mal zu dem Priester hin. Okay. Bunny Rabbit? Ah, hier, da ist er. Herr Priester, ich hab Jesus gefunden. Do not despair. For many find Jesus only to lose him later. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Remember that. Finde Jesus? Okay. Ja, hast du ne süße Puppe? Das war so großartig. Was du für mich hast, ich will es nicht vergessen. Ja. City Hall? Waren wir hier auch schon drin? Ich glaube nicht. Ah ja. Sekunde. Oh, du willst etwas davon? Na. Oh, du bist tot. Autsch. Okay. Ich muss an meiner Verteidigung arbeiten. So. Äh. Äh. Für den Stand. Gesundheit ist Schrank. Oder? Warte mal. Ich auch nicht. Die Musik ist auch genial. Äh. Ich wollte mich eigentlich heilen. Nicht. Oh, kaum weiß man. By the Hammer of Betrush. Oh. Oh, I'm sorry. Mhm. Oh. Ha. Oh. Okay, ich konnte mich... Ich konnte mich verteidigen. Juhu. Äh. Wo konntest du nicht gehen? Doch, ich denke schon. Deswegen wollte ich gerade wieder... Das sucks. Äh. Pass auf. Äh. Wir attackieren. I have to go to the bathroom. Okay. Äh. Baras. Shit. Da kommt man. Verklopst du den da? Ah, shit. Forgive me, douchebag. Nein. Wow. Okay, wir heilen erst mal Badass. Let's go, asshole. Äh. Machthang. Wanderhang. Wiederbelebnis. Da. By the tackle of... Wiederbelebung. Äh. So, jetzt machen wir mal die Knochen. Schauen. Siehst du das kleine Männchen? Das ist ein schönes Männchen. Eigentlich konnte ich da nochmal... Okay, ich hab beide auf einmal erwischt. Geil. Äh. Oh komm, wir nehmen wir einfach mal alles mit. Finde uns Jesus zu suchen. Äh. Finde uns... Helfe uns Jesus zu suchen. Oder zu vielen... Äh. Mein Gehirn. Okay. Ein Riss zu den Uralten. Oh, schön. Äh. Kurz kratzen. Helfe wird vermisst. Gesucht. Serial toilet paperist. Damien Thorne wird vermisst. Okay. Wanted. Case closed. Okay. Missing person. Mary Gollum. Okay. Arm yourself. It's crazy out there. Hahaha. Oh. Ups. Oha, wir können... Oh, Entschuldigung. Können wir da denn gleich hin? Sekunde. Toilettenpapier. Boah, geil. Boah, geil. Locker room. Okay, da können wir noch nicht hin. Aber bestimmt gleich. Oh. Mana. Okay. Mana tank groß. Uh. Hoppla. Klebriges Netz. Okay, da kann ich nirgendwo reinschießen. Okay. Das ist ne Hand. Die Aserwatenkammer. Ich zerstöre Beweise. Äh. Ah, okay. Hier ist ein Chimp-Pokémon. Hey. Hasitek. Ach, hier ist ein bisschen. Oh. Oh, geil. Mysterion. Okay. Das ist der Kame im Flur. Ja, hier auch. Ich weiß nicht, ob mal... Das... Hm. Oh, Batschan. Okay. Glitzerschmuck. Was? Wackyball-Magnete. Was? Und Schamhaare. Ja. Er hätte nicht auch gerne ein paar Schamhaare. Äh, untersuchen. Was macht der? 10% mehr Geld. Okay. Glitzerschmuckausrüstung. Lässt mich natürlich unheimlich cool aussehen. Und, ähm, pass auf. Kann ich die nochmal verschieben? Okay. Das, was da rausguckt. Rein zur Prophylaxe entfernen. Mhm. Achso, die, die... Die Kameras. Vielleicht gibt's da ja einen Erfolg. Hm. Okay, da können wir ja nicht rein. Ich denke mal, hier so hinter. Ähm. In die Schließwächer. Hihihihi. Können wir uns hier bedienen? Schade. Das, bitte. Danke. Vielen Dank.